Musik Herzlich Willkommen in Stirlhaus. Wir unterhalten uns heute über das Buch, wo wir ganz zweier erzählen im Parlament. Als Ehrengast haben wir die Hauptperson des Buches mit dabei. Das Buch kommt aus der Feder von Siegfried Thiel. Und erzählt die Erfahrungen, die uns die Hauptperson hier anwesend, Herr Abgeordneter Ovidio Gans, gleich auch noch bestätigen kann, aus seiner Perspektive im rumänischen Parlament in den letzten zwei Jahrzehnten. Ich bedanke mich für das Dabeisein und gehe gleich an Herrn Fabritius weiter. Herr Dr. Fabritius wird ein bisschen über das Buch erzählen. Ja, guten Abend. Ich freue mich, dass wir heute zu Gast haben, unseren Abgeordneten Ovidio Gans. Ja, es ist nicht das erste Mal im Schillerhaus und diese Begegnung hat einen Grund, eben die Vorstellung des Buches. Wenn wir nur den Titel lesen, zwei Jahrzehnte im Parlament, ja, dann wissen wir schon genug. Ach ja, ich möchte nur sagen, die Karriere von Ovidio Gans hat als Lehrer angefangen, dann als Schulleiter, ja, dann als Unterstaatssekretär in der Regierung und dann kam er ins Parlament und ist jetzt schon seit zwei Jahrzehnten im Parlament. Seine Dienstzeit wird in Kürze enden, aber sie fängt wieder an, denn wir haben die Kandidaten vorgestellt und schon aufgestellt für die nächste Legislatur und die Liste unserer Kandidaten wird schon von Ovidio Gans sozusagen auf den ersten Platz geleitet. Salut in prezenter unserer Deputat, Ovidio Gans. El nu isti străin de această casă, a fost destul de des în ea, fiindcă sigur în perioada lungă, dacă vedem numai titlul cărții pe care astăzi o lanțează aici în București, înseamnă Ovidio Gans, două decenii în Parlament. Vreau să spun numai că cariera lui a început în Timișoara ca profesor de liceu, pe urmă ca director de liceu, după aceea are câțiva ani buni de experiență în guvern, ca subsecretar de stat, și pe urmă a intrat ca reprezentantul nostru în Parlament, în mai multe legislaturi, nu? În două iar ce? A fost și în o perioadă în Parlamentul European, când în 2007, când s-a făcut, nu, intrarea noastră în comunitatea europeană, a fost parlamentar european până la primele alegeri. Da. Vreau să spun numai că va rămâne în continuare candidații Forumului Democrat a Germanilor din România, pentru Parlament, pe locul întâi se află pe listă Ovidiu Gans, și pe locul doi este Tomaș Indilaru, prezent în prezent ca, să spunem, subsecretar de stat, care, să spunem, este în prima legislatură, ca să spunem, așa. După Ovidiu Gans, în guvern a ajuns Cristian Ecosmatu, foarte mulți ani, poate să scrie și ea o carte despre câteva decenii în guvern, nu în Parlament. Și, bineînțeles, îi dau cuvântul domnului Gans ca să spună câteva cuvinte despre carte. Ich gebe das Wort weiter an Ovidiu Gans, an unseren Parlamentarier, um etwas über das Buch zu să spună, așa, în cuvântul domnului Gans. Ich danke Ihnen. Guten Abend, buona sera, am să mă adresez în limba germana, da dacă vă să vă ulterior în tribune în limba română, am să răspundă română este. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Anwesenheit. Ich freue mich, wieder einmal im Schillerhaus zu sein. Ich danke unseren beiden Vorsitzenden, Dr. Fabricius, Altreich-Vorsitzender, Herr Töpfer, Cristian Töpfer, Vorsitzender von Bukarest, dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit mir zusammen dieses Buch von Siegfried Thiel eigentlich, dem Chefredakteur der Banater Zeitung, zu präsentieren. Das ist aber ein Buch über meine Tätigkeit, deswegen sitze ich hier heute Abend und nicht Siegfried. Letztendlich ist es so, dass ich im Dezember 2004 Abgeordneter geworden bin und die Entscheidung getroffen habe, mit dem 1. Januar 2005 monatlich eine parlamentarische Agenda zu bringen, was ich auch getan habe, konsequent. Das heißt, zwölf Stück im Jahr. Siegfried Thiel hat exemplarisch vier oder fünf ausgewählt und wir haben auch einige Fotos hinzugetan, damit es nicht zu trocken ist. Das Buch sind besondere politische Ereignisse, Treffen mit wichtigen Politikern, die ich hatte in diesen zwei Jahrzehnten als Abgeordneter. Der Sinn der Übung ist natürlich die Transparenz in der Ausübung des Amtes als Abgeordneter. Deswegen habe ich diese Entscheidung getroffen. Es ist selbstverständlich, dass man als Politiker gegenüber den Bürgern und den Wählern, vor allem den Kollegen im Forum, den Sympathisanten berichtet, was man so tut, außerhalb der parlamentarischen Tätigkeit, der legislativen Tätigkeit, die an sich ohne weiteres ersichtlich ist auf der Website des rumänischen Parlaments. Deswegen, wie gesagt, diese parlamentarische Agenda. Ansonsten mit der Zeit, nachdem Social Media nachgezogen hat, habe ich ein Facebook-Konto eingerichtet, das läuft ausschließlich auf Rumänisch. Also damit auch die rumänischen Sympathisanten mitbekommen, was der Abgeordnete der deutschen Minderheit im Parlament so tut. Vor allem deswegen, weil wir viele rumänische Sympathisanten haben, aber auch viele Wähler, die das Forum wählen, die nicht unbedingt jetzt ethnisch-deutsche sind. Es gibt in diesen Berichten nichts Großartiges, sozusagen. Es ist die Essenz der Politik der deutschen Minderheit in den letzten 20 Jahren. Es ist ja so, dass man vielleicht als Alleinstehender so im Parlament den Eindruck vermittelt, dass man selbst da irgendwelche politischen Sachen entscheidet und tut. Es ist eigentlich nicht so. Der Abgeordnete ist im ständigen Kontakt mit dem Landesvorsitzenden, mit dem Landesvorstand und spricht sich ab. Gerade in entscheidenden politischen Fragen ist er nicht im Alleingang da. Und das ist auch konsequent geschehen. Seit 2013 ist Jürgen Pohr Landesvorsitzender. Wir sind im engsten Kontakt. Wie Sie wissen, gibt es zwei Komponenten dieser Politik der deutschen Minderheit, die Innenpolitik und die Außenpolitik. Die Außenpolitik richtet sich vor allem nach Deutschland. Die deutsche Minderheit in Rumänien hat ja beschlossen, das Forum sowieso, dass wir uns dafür einsetzen, dass die rumänisch-deutschen Beziehungen erweitert, wie auch vertieft werden. Das haben wir konsequent getan. Alle unsere politischen Vertreter nach 1989 haben das konsequent getan, egal in welcher Position, werden es auch weiter tun, weil wir der Überzeugung sind, dass es für unser Land, für Rumänien, von großem Vorteil ist, enge Beziehungen zur Bundesrepublik zu haben. Deutschland ist unser wichtigster Handelspartner mit über 43 Milliarden Euro Volumen dieses Handels im letzten Jahr, ist der wichtigste Investor in Rumänien, wenn man die Quelle des Kapitals beobachtet, so die rumänische Nationalbank. Und man muss auch sehen, dass über 250.000 Arbeitsplätze hierzulande durch deutsche Investitionen zustande gekommen sind. Also das sind wichtige Sachen. Natürlich ist Deutschland unser politischer Partner in der Europäischen Union, aber es ist auch unser Alliärter in der NATO. In diesen schlimmen Zeiten ist es relevanter denn je. Und deswegen ist auch unser Beitrag relevant. Sie werden auch im Buch einige Beispiele finden, wo ich als Abgeordneter in der Beziehung zu deutschen Würdenträgern Kontakt hatte, mit ihnen mich ausgetauscht habe. Es ist so, dass die rumänischen ganz hohen Würdenträger, Staatspräsidenten, Premierminister oder auch Minister mich immer wieder aufgefordert haben, sie zu begleiten, wenn sie einen deutschen Kontrapart getroffen haben, sei es der Bundespräsident, sei es der Bundeskanzler, Bundestagspräsident und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist wichtig. Es ist auch wichtig für die Wahrnehmung in der rumänischen Politik und in der rumänischen Gesellschaft, was für eine positive Rolle die deutsche Minderheit diesbezüglich übernommen hat nach der Wende. Es ist aber auch Ausdruck der Tatsache, dass Rumänien selbst meines Erachtens, und ich glaube, alle Teile an meine Meinung, im Bereich nationaler Minderheiten nach der Wende eine sehr gute Politik geführt hat, gesetzgeberische Institutionen und alles Mögliche wurden geschaffen, im Zuge auch des EU-Beitritts. Dementsprechend gibt es unsererseits nur gute Gründe, um das zu unterstützen. Was die Innenpolitik anbelangt, da sind verschiedene Bereiche, die uns alle sehr interessieren, vor allem die Bildung in der Muttersprache, das ist non plus ultra. Wenn man über die Zukunft einer Minderheit sprechen will, dann muss man an Kinder und Jugendliche denken, die die Muttersprache erlernen müssen oder sollen. Das Forum hat ein Mitspracherecht, was dieses Unterrichtswesen in deutscher Muttersprache hat. Auch diesbezüglich hat es immer Kontakt zum jeweiligen Bildungsminister gegeben, um meinetwegen manche Entgleisungen mancher Schulleiter oder Generalinspektoren irgendwie zu kontrakarieren, was wir auch konsequent geschafft haben. Also seitdem ich mich mit Politik beschäftige im Namen der deutschen Minderheit, wurde keine einzige deutsche Abteilung oder Schulklasse in der Muttersprache geschlossen. Das werte ich als großen Erfolg. Mehr als das, es wurde auch erweitert durch Verhandlungen mit Ministern, ist es gelungen, manche deutsche Abteilungen sogar zu vergrößern oder schulen. Ich glaube, auch sonst, auch in diesem Bereich, die Beziehung zur Bundesrepublik ist äußerst wichtig. Sei es die Lehrer, die nach Rumänien entsandt werden und eine sehr gute Arbeit hierzulande leisten, aber auch die beiden Spezialabteilungen, wo deutsches Abitur abgenommen wird, in Bukarest und Temeswar. Das sind ganz wichtige Einrichtungen für die Zukunft unserer Jugend. Ansonsten haben wir es durchgesetzt, dass auch die Lehrbücher in deutscher Muttersprache gedruckt werden. Mindestens für die Klassen 1 bis 8 scheint es geklappt zu haben. Letzte Woche habe ich das in Mediash mit Frau Dr. Renate Klein besprochen. Sie hat mir bestätigt, sogar Deutsch für die 4. Klasse sei jetzt fertig. Traurig bleibt die Tatsache, dass im Bildungsministerium die Jungs es nicht schaffen, die Lehrpläne für nichts, also für kein einziges Fach herausgegeben zu haben. Ich habe aber angeregt und Monika Heide, Landesvorsitzende der Schulkommission, gebeten, die Kollegen zu fragen, ob es Sinn machen würde, die beiden früheren Lehrbücher oder Textsammlungen, wie wir sie nennen wollen, 9, 10 und 11, 12, vielleicht neue Auflagen produzieren, Texte aktualisieren, damit mindestens im Fach Deutsch, Sprache und Literatur, wir oder die Kinder, die Jugendlichen etwas zu handhaben. Das heißt, was ich damit verdeutlichen will, es gibt eine konstante, konsequente Beschäftigung des Abgeordneten auch in diesem Bereich. Sie haben es gehört, ich bin selbst Lehrer, zwar Mathematiklehrer, niemand ist perfekt, also kein Deutschlehrer, aber trotzdem, ich weiß Bescheid, wie wichtig das Ganze für uns ist. Dann gibt es natürlich unser Kulturgut, wir kämpfen immer wieder damit, sowohl der rumänische Staat, aber vielleicht auch die Hilfe aus Deutschland kommt, um wichtige Kulturgüter zu erhalten, wie zum Beispiel die Kirchenburgen in Siebenbürgern. Wir schaffen es ja nicht mehr, irgendwie alle Kirchenburgen zu retten, wenn ich wir sage, dann meine ich, wir deutsche Gemeinschaft, das ist ja die Verantwortung vor allem der evangelischen Kirche, AB in Siebenbürgern, aber wir helfen fleißig mit. Es ist schwierig, es ist schwierig, manche Verantwortungsträger in Bukarest begreifen auch nicht, wie wichtig diese Kirchenburgen sind. Es sind Denkmäler der Kategorie A, also es gibt kaum welche, die wertvoller wären, manche sind sogar auf der UNESCO-Weltkulturerbe-Liste, trotzdem regnet es rein. Also das ist auch eine wichtige Angelegenheit für mich als Abgeordneter gewesen. Selbstverständlich unser Sozialwesen, in dieser Hinsicht möchte ich die Seniorenheime und die Sozialstationen nennen. Hier ist vor allem das BMI zuständig, also die Beziehung zur Bundesrepublik wegen der Finanzierung, aber auch sonstige Partner wie das Land Bayern. Ich will auch in diesem Rahmen Barbara Stamm nennen, weil wir auch im Buch zusammen erscheinen. Eine langjährige Partnerschaft, die unseren Senioren und unseren Sozialbedürftigen vieles gebracht hat. Wenn ich unsere sage, meine ich nicht nur Deutsche, weil es ist selbstverständlich, dass auch in den Altenheimen, wie auch was die Sozialstationen anbelangt, dass wir auch anders Nationale bedienen. Es gibt ja Mischehen oder sonstige Freunde, Sympathisanten unserer Gemeinschaft, für die wir auch Verantwortung tragen. Es gibt natürlich unsere Kulturveranstaltungen, da bin ich zuständig, um mit der Regierung im Namen der Fraktion an der Seite des Fraktionsvorsitzenden zu verhandeln, damit wir die notwendigen Finanzmittel zur Verfügung haben in jedem Jahr. Ich bin sehr zufrieden mit diesen Verhandlungen, weil wir in den letzten fünf Jahren diesen Etat verdoppelt haben, nominell. Also das ist schon relevant, weil wir so auch die ADZ zu 95 Prozent finanzieren können und die anderen Wochenzeitungen. Wir können daraus die Gehälter für unsere Angestellten zahlen, die laufenden Kosten für Energie und sonstige. Aber wie gesagt, auch Bücher können gedruckt werden, Kulturveranstaltungen finden statt und das wird alles aus dem rumänischen Haushalt finanziert. Und dann erzählt er immer wieder, das werden Gelder vom Department für interethnische Beziehungen. Nein, das sind Gelder vom rumänischen Haushalt. Die politischen Verhandlungen laufen über die Fraktion mit der Regierung und das Department ist der Postträger. Also er kriegt das Geld von der Regierung zugewiesen und verteilt es an die Minderheiten laut einem Verteilerschlüssel, den die Minderheiten selbst dann beschließen. Wichtig ist, wie gesagt, zu sagen, dass meine Auffassung, die politische Vertretung im Parlament für die Minderheiten wahrscheinlich das effizienteste Mittel sind, um Belange der Minderheiten zu erledigen, insofern man direkten Zugang hat zu führenden rumänischen Entscheidungsträgern. Es ist auch meine Aufgabe leider gewesen, um versuchen, mich zu widersetzen, als die Minderheit angegriffen wurde öffentlich. Die Periode Dragnia den Chile ist uns noch immer im Gedächtnis, hat eigentlich mit Ponta angefangen, der leider Gottes anscheinend zurückkehrt ins Parlament, dank PSD. Diese Typen haben uns ja angegriffen und mit Verleumdungen die ganze Öffentlichkeit vergiftet. Diese Sache wird weiter praktiziert von den Extremisten, also Auristen, Schoschokisten, sonstige Typen dieser Art. Das ist auch meine Aufgabe, politische Positionen zu beziehen im Parlament, was ich auch getan habe. Ich werde es auch weiterhin tun. Es wird vielleicht abnehmen, nachdem Johannes nicht mehr Staatspräsident ist, weil letztendlich war ja Johannes das Ziel im Wahlkampf 2014. Wir sind kollaterale Opfer gewesen. Aber, wie gesagt, es hat Schule gemacht und solche Typen sind geneigt, das weiter zu tun. Ich will Sie nicht lange langweilen mit meinen Ausführungen. Sie werden, wie gesagt, im Buch viele Beispiele finden von dem, was der Vertreter der Minderheit hier tut. Aber, weil Luise Schifter-Papesko anwesend ist, ich habe etwas vergessen. Die Beziehung zur Bundesrepublik Deutschland ist für uns als deutsche Minderheit von großer Wichtigkeit die Beziehung zu deutschen politischen Stiftungen. Luise war ja lange Jahre Vertreterin der Hans-Seidel-Stiftung. Wir haben von Anfang an, als ich als Unterstaatssekretär angefangen habe, zusammengearbeitet. Letztendlich hat es gute Kontakte oder sehr gute Kontakte zur Seidel-Stiftung gegeben, aber auch zur Adenauer-Stiftung. Teils zur Niermann- und Friedrich-Ebert-Stiftung. Diese haben aber abgenommen in letzter Zeit. Wichtig ist, dass diese auch wichtige Beiträge zusammen mit uns als Minderheit zur Entwicklung der rumänischen Demokratie hatten. Und ich glaube, weiter haben können. Ich glaube nicht, dass wir jetzt eine mustermäßige Demokratie sind. Ich glaube, es muss noch daran gearbeitet werden. Und ich bin überzeugt, dass die deutsche Minderheit, so wie sie sich befindet, zahlenmäßig gering geworden, aber weitaus relevanter, als die Zahlen es hergeben, in der Mitte der rumänischen Gesellschaft und des rumänischen politischen Spektrums, ihrer Aufgabe gerecht werden wird, auch in Zukunft. Und dazu werde ich selbstverständlich weiter beitragen wollen. Sie haben es gehört, Dr. Fabrizio hat es gesagt. Der Landesvorstand und die Landesvertreterversammlung haben einstimmig die Liste der Kandidaten beschlossen. Diese Liste beginnt tatsächlich mit mir und mit Thomas Schindelario. Das Buch ist ja kein Geheimnis, ein offenes Geheimnis. Es ist rechtzeitig erschienen, um auch im Vorwahlkampf zu dienen. Ich möchte mich unbedingt unseren Mitgliedern und Sympathisanten wieder einmal präsentieren. Ich werde durch das Land reisen. Ich habe schon angefangen mit Altreich und Buchenland. Ich war inzwischen in Galatz, Tulca, Konstanza, Krajova, Pitescht, Jasch und Soceava. Ich werde nächste Woche dann nach Bakau und Pietranians, vielleicht auch Moinescht, fahren. Und dann im November nach Siebenbürgern, Nord-Siebenbürgern und in Spanat. Das ist der Sinn der Übung. Nochmal danke schön, dass Sie gekommen sind. Selbstverständlich stehe ich für Fragen zur Verfügung. Die Fragen auf Deutsch werde ich auf Deutsch beantworten, die Fragen auf Rumänisch auf Rumänisch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. ...zu Formul German, ...zu Formul German, ...zuwähne ziti, dass die Verte ist auch ...un Abstand an, ...zuwähne sind Repräsentant, ...itarre die Gere, ...in Parlament. Das ist so? Niemand kann in Parlament ...ziteln von dem proceset, ...einemn, ...de diegene Verteidigung ...de diegene Verteidigung ...de diegene Verteidigung ...de diegene Verteidigung Ich sage das, dass sie die Leute, die sie sich zu haben, dass sie die Leute sind, dass sie sich nicht die Votieren, und nicht die Leute. Und dann, ich sage, das ist, dass die Votieren, dass die Votieren, die wir in den nächsten Votieren, das ist, dass die Votieren, die wir in der Votieren sind, die Votieren. Deci, evident că și de data aceasta, pe buletinele de vot, se va regăsi Căsuța cu Forumul German, Semnul Electoral, Inima și cele patru, nume Gantz și Indilariu, Rost și Manta Clemens. Da. Nu cred că, sau n-am motive să fiu îngrijorat, dar cine dorește să voteze Forumul, poate să voteze cu Forumul, pentru că ne ajută chestia asta. Ba da, nu trebuie, că nu pot să spun unui cetățean că trebuie, pot să spun că m-aș bucura. Însă, repet, ne ajută și în relația politică ulterioară cu guvernul, avem niște voturi în spate, adică și când discutăm cu ei, e relevant. Permiți-mi să adaug încă ceva. Este, adică, noi, ca Forumul German, suntem interesați ca deputatul nostru să aibă un număr, deci, mare de voturi. Și vreau să menționez faptul că domnul Gantz a intrat până acum în Parlament cu numărul voturilor necesare pentru un parlamentar obișnuit. Da, ceea ce... Cu excepția 2020, când a fost pandemie și prezența a fost... A fost mai mică, dar oricum, nu este, adică, în politica noastră a Forumului German, vrem ca deputatul nostru să fie un reprezentant legal în Parlament, să se bucure de numărul mare de voturi, că atunci, spunem noi, și cuvintele noastre în Parlament sunt mai auzite decât dacă ar intra, să spunem, la limită cu voturile necesare pentru un parlamentar care reprezintă minoritatea, să spunem, națională, mică, că acolo este în fracțiunea a minorităților mici, adică a tuturor minorităților, cu excepția minorității maghiare, care are o fracțiune separată. Bineînțeles că noi candidăm numai pentru Camera Deputaților. Nu avem candidat pentru Senat și, bineînțeles că nu avem candidat pentru președinte, fiindcă sunt alegerile apropiate, deși sunt două lucruri total separate. Nici n-am avut niciodată niciodată pentru președinte și nici pentru Senat. Legea nu permite pentru Senat, adică permite, dar e iluzoriu, că nu ai cum să faci numărul de voturi și pentru președinte îi poate cu mai puțină legă. Așa că, cum să spun, nu suntem încă în campania electorală, suntem în pre-campanie, dacă vrem să spunem, dar pot să spun, rugămintea noastră este, a membrilor și a simpatizanților din Forumul German, să votați candidatul nostru pentru Camera Deputaților. Vă mulțumim pentru vizionare. Vă mulțumim pentru vizionare și pentru reține, când o reține de partia suntem în partia, pentru că ar treu și de partia în care ar treu, pentru că ar treu de partia, de partia și de partia, a se este o treu de partia, când o reține. Vă mulțumim pentru partia, aus der eigenen Fraktion und aus der eigenen Fraktion ganz deutlich mit dem jüdischen Abgeordneten und Präsidenten der jüdischen Gemeinschaften in Rumänien, Silvio Wexler. Wir haben gemeinsame Projekte ins Parlament gebracht und sie sind auch mit breiter Mehrheit genehmigt worden. Selbstverständlich aber braucht man die Zustimmung der ganz großen Fraktionen dafür. Das heißt, wir haben eine gute Zusammenarbeit mit den Fraktionen, die die Regierung unterstützen. Beide großen Parteien, PSD und PNL, haben ja die größten Fraktionen, aber wir haben auch sehr gute Beziehungen zur USR, auch dank meiner politischen Beziehung zu Dominik Fritz, Bürgermeister von Temeswar, den wir unterstützt haben und dementsprechend gibt es diese vielfältige Zusammenarbeit auch mit einem Teil der Opposition, mit der Gruppierung von Ludwig Orban sowieso, den kenne ich seit 20 Jahren. Was ausgeschlossen ist, selbstverständlich ist, irgendein Dialog mit Auer oder Schoschokisten, das ist per Definition ausgeschlossen, weil sie sich selbst disqualifizieren. Also sie sind antidemokratisch, antieuropäisch, prorussisch, bis zum geht nicht mehr, anti-NATO und so weiter. Das sind alles Punkte, wo wir uns überhaupt nicht verständigen können. Die deutsche Minderheit hat ja massiv für NATO-Beitritt, für EU-Beitritt plädiert und mitgearbeitet nach Kräften. Also wie wäre es, wenn ich jetzt mit diesen Typen irgendwie reden würde? Bedingt, wie gesagt, auch durch die Tatsache, dass Johannes Staatspräsident ist und immer wieder diese Sache gebracht wird, er wäre der deutsche Präsident, obwohl er nicht der deutsche Präsident ist, sondern der liberale Präsident. Er ist als Kandidat der PNL-Präsident gewählt worden, nicht des deutschen Forums. Das muss man nochmal ganz klar sagen. Weil die den angreifen wollen, geht es los auch mit uns. Ich hatte Zusammenstöße mit Aueristen im Plenum. Einer hat mich sogar als Nazi beschimpft. Die rumänischen Gerichte haben gemeint, das wäre Meinungsfreiheit, also dass der Typ das über mich und über das Forum sagen kann. Das zeigt auch, was das Niveau dieser Richter auch beim obersten Gericht ist. Völlig unqualifizierte Meinungen äußern. Aber ich möchte jetzt nicht über die rumänische Justiz sprechen, die ich sowieso als Letztes betrachte in diesem Land. Aber Fakt ist, dass wir auch sonst, ich bin Mitglied im Ausschuss für die inneren Verordnungen des Parlaments, also für Reglement. Bedingt durch meine lange Erfahrung im Parlament, habe ich verschiedene Vorschläge gemacht zur Verbesserung der Art und Weise, wie das Parlament funktioniert. Ich glaube, ich habe fast 20 Änderungsvorschläge gebracht. Die meisten sind auch angenommen worden, weil auch die Parteien das so gesehen haben, wie ich das vorgeschlagen habe. Neulich letzte Woche auch. Und da bin ich an diese geraten, weil diese Vorschläge für ein zivilisiertes Parlament plädieren, für eine Brechtsordnung auch im Parlament, mit der sie nicht einverstanden sind. Sie verstoßen ja gegen die Regel ständig. Und daher auch die feindliche Einstellung mir gegenüber. Ich kann damit leben, wie gesagt. Ich kann ja erwidern, ich habe kein Problem damit. Aber das Problem bleibt. Das sind antidemokratische Kräfte. Sie haben sie als Rechtsextremisten genannt. Ich nenne sie Nationalpopulisten, weil ich nicht Nationalsozialisten sagen will. Das hat eine andere Deutung. Aber Nationalpopulisten, und die sind eine Gefahr für Rumänien. Ich kann nur hoffen, dass die rumänische Wählerschaft diese Typen nicht wählt. Apropos, der Landesvorstand hat das Demokratische Forum der Deutschen Rumänien beschlossen, dass wir keine Empfehlungen an unsere Mitglieder und Sympathisanten aussprechen, was die Präsidentschaftswahl anbelangt, mit einer Ausnahme. Wir bitten unseren Mitgliedern und Sympathisanten, wenn das überhaupt nötig ist, bezweifle ich, dass es nötig ist, aber gut, keine Extremisten zu wählen. Gut, die eine Extremistin ist weg vom Fenster, dank Verfassungsgericht. Der andere läuft noch rum. Das Gleiche gilt für den Senat. Wir haben beim Senat keine Empfehlungen zu machen. Die Kandidaten sind ja unterschiedlich von Kreis zu Kreis, von Sektor zu Sektor. Dementsprechend haben wir da nichts zu sagen. Und bei der Abgeordnetenkammer, wie gesagt, bleibt es irgendwie quasi selbstverständlich, dass man die eigene Truppe wählt. Also ist zu erwarten. So sieht es aus. Aber die Zusammenarbeit mit der Regierung ist einwandfrei. Ich habe auch persönlich mit dem Premierminister ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Auch zu seinem Vorgänger nicht so freundlich, aber höflich. Wir haben gut zusammengearbeitet. Also mit demokratischen Politikern ist es kein Problem. Gott behütte, dass irgendwelche Typen kommen, mit denen man nicht reden kann. Aber das wird nicht der Fall sein. Die werden nicht in der Regierung beteiligt. Ich bin fest . Ich habe gesagt, dass für den Senat und für die Präsidenten, Formul Demokrat nicht hat ein gegründet. Das ist nicht, dass die Recomendationen nicht nur für die Recomendationen. Die Recomendationen se referen nur für die Camera von Reputatilor. Bineinzulich, dass wir, dass wir, dass wir das nicht, dass wir die Stattung von dem demokratischen Germanilor din România, care spune că poate să fie membru în Forumul Democrat a Germanilor din România orice cetățean care respectă statutul și cum să spunem cu excluderea partidelor extremiste. Adică poate să fie și un membru a Forumului German membru de partid cu excepția conducerii fiindcă avem această frază în statutul Forumului Democrat German ca persoanele care fac parte din conducerea Forumului să nu fie într-un să nu aibă o funcție de răspundere sau să nu fie într-un partid acest lucru este foarte clar ca Forumul Democrat German să nu ajungă să spunem în coada de cometă a vreunui partid. Asta este una din concepțiile generale. Bineînțeles că excludem partidele extremiste indiferent cum se numesc da? Fiindcă nu sunt competente cu statutul nostru în acest lucru a Forumului German. Vă mulțumesc. Aștept să nu încălţi în acest lucru în acest lucru în acest lucru în acest lucru Beziehung mit Österreich aus? De facto gibt es keine Beziehung zu Österreich, weil Österreich sich ständig geweigert hat, auf Bundesebene mit uns Kontakt aufzunehmen. Ich habe persönlich mehrmals versucht, einen Bundeskanzler anzusprechen, sogar als er in Bukarest war, hat er keine Zeit gehabt für uns. Auf Ebene der Bundesländer haben verschiedene Forumsvertreter Kontakte. Ich kann jetzt Erwin Josef Ziegler erwähnen, der sehr aktiv ist in der Beziehung zu Österreich oder die Landler, die auch historisch gesehen einen direkten Bezug zu Österreich haben. Ich habe auch öffentlich erklärt als Politiker Rumäniens, dass ich mich weigere, zu Veranstaltungen der Österreicher zu gehen, bis Österreich das Veto nicht gegen uns aufhebt. Also solange die österreichische Bundesregierung Veto aufrecht erhält gegen Schengen-Beit, vollständigen Schengen-Beitritt Rumäniens, gehto wie du ganz als Vertreter der deutschen Minderheit nicht zu österreichischen Veranstaltungen, weil vor allem wir, die ja ständig bemüht waren, auch mit Österreich Kontakt aufzunehmen, äußerst enttäuscht sind. Also wenn ich wir sage, meine ich die deutsche Minderheit. Es ist enttäuschend, dass die österreichische Bundesregierung eine solche Haltung uns gegenüber hat. Und deswegen kann ich nicht vertreten gegenüber den rumänischen Bürger, egal jetzt Forumsmitglieder oder nicht, dass ich mich an solchen Sachen beteilige. Ich habe mich auch mit der vorletzten österreichischen Botschafterin im Parlament getroffen, ich habe sie klipp und klar gesagt. Es hat letztes Jahr eine österreichische parlamentarische Delegation gegeben, im Parlament, die sind zu uns in den Ausschuss für Außenpolitik gekommen, ich bin Mitglied im Ausschuss für Außenpolitik, ich habe es denen klipp und klar erklärt, dass es schlicht und einfach inakzeptabel ist, innerhalb der Europäischen Union, dass die Österreicher Rumänien für nichts und wieder nichts blockieren. Ich weiß ganz genau, dass Rumänien seit 2011 die Bedingungen erfüllt, dass Rumänien seit 2011 nach Schengen-Aki arbeitet. Ich habe mich vergewissert, indem ich 2012 in Berlin mit höchstrangigen Beamten im Bundesinnenministerium gesprochen habe, die mir zugesichert haben, Herr Gans, Rumänien erfüllt die Bedingungen. Daran hat sich nichts geändert, nur die österreichische Haltung aus innenpolitischen Gründen und das ist für mich inakzeptabel. Dankeschön für die ausführliche Antwort. Gibt es noch weitere Fragen? Wir sind ein Interessant für den Deputaten. Wenn es keine Fragen gibt, können wir unsere Veranstaltung dem Ende zu gleiten lassen. Für diejenigen, die wollen, dürfen Sie ein Buch mitnehmen. Es steht Ihnen frei, zur Verfügung. Der Herr Abgeordneter ist hier, es ist für Sie zu signieren, wenn Sie das möchten. Nochmal herzlichen Dank für Gustav Baisen. Vielen Dank für die für die participare. Incheiem manifestarea noastră. Azi se apropie desfârșit, nu inainte de a vă invita să luați cât-un exemplar din cartea care vă stă gratuit la dispoziție. Domnul deputat este aici pentru a semna o dedicatie pentru cei care doresc. Vă mulțumim încă o dată pentru participarea dumneavoastră la manifestarea noastră. O seară agreabilă în continuare. MULȚUMIT PENTRU